hallo liebe leute willkommen zu einem neuen pvz to get out normal warte mal ganz toll ja jetzt habe ich verkackt ich mache das jetzt normal das machen wir raus oder ich finde es lustig ich lass drin ja toll da muss ich das aber auch drin lassen naja auf jeden fall sind wir hier im pvz keine ahnung ja hier das ist mein aldi wasser mein wodka mein aldi wir sind hier im gartenkommando modus zocken auf normal nehmen jetzt erstmal ein garten ein und mit dabei ist der jens der dennis unter maurice dann gehen wir mal los ich würde sagen wir nehmen den garten da hinten an der seite zwei heele das ist ja schon mal gut da wären wir auf jeden fall nicht könnt ihr euch gegenseitig hören das ist ja auch perfekt ja ich habe richtig geile chili arme mhm mhm zeig mal ich habe noch mit drei geschaltet so aufgeregt du pepperoni du und ne sombrero chili bean die ist auch cool okay wo ich hier denn mal hin ah p-cannon oh ich muss mir auch mal klamotten holen ich bin so nackt ja genau ich bin ganz fluffig ja von links kommen die gerade ich habe mal ein bisschen vor auf geht's können danach ja auch mal auf ultra zocken aber auch das wird aber ich muss das sowieso machen ja ist aber auf jeden fall drei nummern oder vier nummern härter als hier ja ja ein wenig abgesehen ihr habt da macht man auf hart auch schon verkackt das sah nur so aus und das war alles das war nur so das war das war bestimmt ein test oder sowas ja genau wir wollen nur zeigen wie man wiederbelebt oder man muss der kreis drücken ja genau der arzteil von diesem spiel das ist so aaaah daaaam wie viel das ja jetzt bin ich ja keine kraft ausdrücken hier bitte danke okay Wie geht das? Gänse! Keine Ahnung. Mach da immer nen Piep drüber nach. Piep piep! Genau. Piep! Höhöhöh, obwohl ich ne Pflanze bin. Lachen jetzt. In der Schule hab ich immer alle für meine schlechten Wortwitze gehasst. Ich glaub das ist hier nicht anders. Beim ersten Mal so mal rutscht ich unsere Nachschulspanne. Facken sie alle schon. Ach, die Bombe kommt jetzt. Genau. Achtung! Der kommt von da, von der Mitte. Boah, soll ich klein? Ja guck mal da, der Große. Naja. Mit der Bombe. Wie der Große? Der Große mit der Bombe, da! In der Mitte! Okay, ich platz mich mal im Grunde ein. Der muss unbedingt weg, sonst macht er unsere Geraden kaputt. Ach, dann mach mal weg! Boah, läuft doch an mir vorbei! Die Dicke! Und Platte! Ey, ich brauch mal eigentlich eine Erleitung. Ach, hier! Regenbogen! Regenbogen! Haben wir geil! Sowas will ich unbedingt unbedingt für die Sonnenblumen haben. Ist aber nur für Frauen. Ha, was? Warum hab ich das dann? Ähm, hast du von einer Frau geklaut? Keine Ahnung! Ich darf auch eine Sonnenblume sein, ich komm aus Köln. Ich darf auch eine Sonnenblume sein, ich komm aus Köln. Ich darf das. Ja. Ohne Subjective completed! Sie sind tot! Ohne Subjective! Ja, das ist nicht die Love Parade! Nein, die Love Parade nicht! Die... äh... Ah, Christopher Street Day! Ach, Christopher Street Day! Genau. Genau. Love World war das letzte Mal in Duisburg, oder? Ja. Das war alles in Forschung bei ihr. Ja. Ja gut, war aber etwas anders gemeint. Zombies! Nope! Hier! Regenbogen! Hier! Ah, weggeknallt hier! Flower Power! Die! 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 Aber man kann die Challenges hier auch in dem Modus... Kann man auch, ja, die könnte man auch boosten, ja. Theoretisch. Ihr Multiplayer. Was ist denn die dritte Fähigkeit von der Sonnenblume? Die hab ich noch gar nicht. Äh, Sonnenblumen Topf. Ja, genau. Ha! Also ein Heilungstopf, ja. Aha! Ich hab jetzt hier einen Topf mit der Sonnenblume drin, aber es gibt nur einen Topf, da ist... Ah nee, es gibt noch eine Gießkanne, genau. Die Gießkanne im Bossmodus. Es gibt ne... Wie? Boah, ich glaub ich brauchte mal Heilung. Es gibt dann noch ne Toppflanze, aber die kann dich nicht heilen, die schießt aufs Gegner. Okay, ich hab auch mal ne, äh, ne Gießkanne gesehen von der Sonnenblume. Also als Heilungs, äh, Ding da. Dann... Du kannst immer... Boah, hier ist einer. Bombiii! Ding, boom! Bombiii! Bombiii! Dankeschön! Ich muss mich auch nochmal beperren. Ich kann mich gar nicht bedanken. Wieso? Ihr seid so undankbar. Also... Thomas sagt zu mir immer, wenn wir Battlefield spielen und ich den wiederbelebe, dann bedankt er sich auch nicht und dann sagt er immer nur, ja, du musst ja deinen Job machen. Okay. So, so. Ja, ich weiß nicht, wie nett der ist, aber wir greifen uns immer... Oh, mal gucken, was wir jetzt für ein Glück haben. Oder ob wir Glück haben. Oh... Hoffentlich kommen wir wieder Diamanten. Dreimal Yeti? Oder was kriegen wir jetzt? Geld? Okay. Boah, der hat nur dreimal Geld. Nochmal Geld? Komm, noch einmal. So wie gestern, nochmal Geld. Oh, nein. Ja. Der ist... Super Geldwelle. Yeah. Ich bin froh, dass wir zweimal Geld gekriegt haben. Oh, jetzt geht's aber rund hier. Hör mal. Hör mal. Ich hab grad voll auf die Zwölf bekommen. Nein. 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 Achtung da. Oh, der ist hinterlassen. Riesenzombie mit kleinen Zombies aufm Rücken. Oh, wei, was ist denn. Ich nehme jetzt mal meinen Laser. Könnt ihr dem mal Ries mal helfen? Ich bin den grad am Lasern. Dann laser du den mal. Geheilt. Oder so. Komm, noch einmal drauf, komm. Und... Machen wir mal. Warte, ich mach mal den super. Und dann mit dir. Okay, jetzt kommen aber noch die anderen, ähm... What the f... Weil da kommt eh keiner. Magentüb, ich hab nur noch drei Leben. Hier. Oh, Retter in der Not. Dankeschön. Boah, jetzt kommt die von der Seite. Ich brauch mal die Eingänge zu, ne? Mhm. Ja, bitte. Ich hab da halt immer wieder aufgebrochen. Oh nein, die kleine Heerflower. Die sehen alle so niedlich aus. Ohhhh. Die wollen, die wollen nur spielen. Die will doch nur spielen. Die will doch nur spielen. Uhhh. 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 Tut doch nix. Nein. Ach, da fehlt ja noch was, ähm. So, ne. Sporale Scheine nehmen. Muss ich vertanzen. Hm, 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 hm. Was ist das? Hier, ich hab auch einen neuen Move drauf. Guck mal. Guck mal hier. Warte mal. Guck mal. Super. Super. Boah. Nice. Die Zombies kommen, ja? Ja und? Multitasking? Multitasking? Oh, jetzt geht's ab. Oh, Heilung bitte! Hier! Danke! Direkt hier unten mal heilen. Ich lauf aber auch wie so ein... Ich will auch Regenbogen-Heilung haben, hä? Tja, musst du sie erkopen. Habe ich jetzt gerade nur normale Heilung bekommen? Entschuldigung! Boah, wie langweilig. Dann gibts ihn mir zurück. Boah, jetzt bin ich... Boah, der hat mir aber jedes Auge. Das sind nur Städtchen. Boah, die sind ja schon drastisch. Boah, die sind ja schon drastisch. Chilibien. Na, komm, wir damit hier. Ah, der hier so ein Gitter. Okay, und das weg. Oh, Tom, Goppe. Will abgeschlossen, super. Ja, das ist ja auch das erste Mal, dass ich diesen Motor spiele. Also... Ich weiß ja nicht, wie ich auf jedem jetzt schon gespielt habe. Hm, oft. Ja, paar mal. Ungefähr. Ja, ja. Also ich hab das Spiel auch noch nicht so lange. Boah, mit Helm. Und so tanzt sie da eine. Ich mach mal hier um den Händler. Also das sind hier nur ein Science-Test. Boah, geht das ab hier. Ah, jetzt kommen die Särgen, die mit den Särgen, ja? Die Nerven voll. Die halten viel aus. Ja, ja. Leider. Ich mach mal meinen Sonntag. Doktor! Wir sind gleich tot. Boah. Ich bin auch fast tot. Ich hol mal hier ein bisschen Leben. Nein, bleib stehen. Man muss hier, glaub ich, auf die Augen schießen, oder? Hm. Ja, warte. Aua, aua. Der schlägt. Scheiße. Ja. Was soll ich denn sonst machen? Na, mich nicht schlagen. Wo war's denn? Ein Ritter. Ein Helm-Ritter. Mal heilen hier. Mein M ist gerade so geil. Nein, Helm-Ritter, nein! Braucht jemand eine normale Heilung? Nein. Ich betone, normale Heilung. Nein. Nein. Oh, sorry, sterb nicht. Guck mal, geht der jetzt mal platt, oder was? Hallo? Oh. Okay. Am Garten ist einer. Ein Sarg. So, platt. Yeah. Die Nächsten, bitte. Also, ich möchte noch mal ein bisschen Heilung haben, so für 10 Punkte. Ist mir egal, was für eine. Komm, normale, komm. Nein, nein. Komm her, komm. Wo bist du? Nein, hier. Ich bin's. I'm so fabulous. I'm so fabulous. Schade, dass man nicht overchargen kann, wie in... Wie meinst du das? In, ähm... In, ähm... In Wolfenstein. Team Fortress 2, da kann man ja überladen mit einem Medic. Ach ja, genau. Aber für eine kurze Weile macht man da dann die ganze Zeit Crits. Also Volltreffer. Mhm. Schon sehr praktisch. Ich brauch schon wieder Heilung. Wo bist du denn? Ich komm mir nicht drüber. Na, wo bleiben die denn jetzt? Ich bin so einer, der springt ins Getümmel rein und stirbt dann einfach. Stirbst du? Ja. Ja. Aber bis jetzt läuft so toll ganz gut. Ich weiß, wir stehen noch normal. Ja, einfach zu einfach, ja. Ist doch nicht schlimm. Naja, also für mich an den Modus erstmal dran zu kommen, ist doch schon in Ordnung. Mhm. Ich geh mal links rüber, ich glaub links sind die Zombies durch, ja. Ja. Ich komme. Oh, der geht aber ab hier, der war aber schnell. So. Ja, einmal berührt und schon gekommen. Ähm, wie bitte? Ich hab das gesagt. Das war eine, äh, was. Keine unflätige Sprache. Also das kann man auch anders deuten. Mhm. Überhaupt nicht. Es kommt immer nur drauf an, was man hören will. Könnte man ja. Jawohl. Heilung, ich verschenke Heilung. Oh, Regenbogen. Äh, leider normale. Die Bilder war keiner. Nee, fertig. Mhm, voll Leben. Kass mal. Jens will sich nur nerven. Bitte sehr. Lieber Jens. Was denn? Ja, nix. War das etwa zu nett? Ja. Ich meine, man muss ja auch zu älteren Leuten etwas netter sein. Hallo, hallo, hallo. Ja, das war doch zu nett. Dann halt in einem anderen Ton, ne? Danke. Bitte. Sehr lieb von mir. Oh, hier kommen jetzt einige rechts. Ja, sehe ich, Leute. Aber mein kleines Böhnchen. Ja, und mittig. Auch hier gibt's abgebildet. Ja, das war doch krass. Ja, den einen hab ich. Hier, du erbst einen Knall, oder wie war das? Dankeschön. Hm. Komm, ich halte dich auch mal mit normaler Heilung. Ja, kannst du behalten, ey. Bin doch keiner mehr. Voll out, ja. Boah, Regenbogen. Oh, ich hab einen Erfolg. Schön. Ja. Mhm. Und was für ein? Äh, heilsam. Für, äh, keinen Regenbogen-Noob, oder? Hallo, 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 ja? Nein. Auch ich habe Gefühle, ja? Leider. Jetzt kommt mal am Anfang an. Yeti, nochmal Yeti. Nochmal Yeti. Nochmal Yeti, jetzt. Nochmal Yeti. Gleich der Video, geil. Nochmal Yeti. Ah, hallo, hallo, hallo. Jetzt kommt's noch ein Video, ja? Ist voll geil. Sie sehen auch einfach so cool aus. Lissi, was machst du denn da? Nein, das ist die Coca-Cola-Werbung, die neue, ja? Oh, hallo, hallo. Sie, die wurde gerade geleakt, ja? Ich würde eher sagen, Red Bull oder so, ey, oder Speed, oder, keine Ahnung, irgendwie sowas. Boah, boah, das ist nicht geil. Sieh, siehste Coca-Cola, ja? Ich, äh, überdies, das, was er sich da zu trinken rausgeholt hat, da frage ich einfach ein Coca-Cola drüber. Boah, das wird genial. Okay, jetzt, ähm, alle auf den Yeti, oder auf alle Yetis, besser gesagt. Oh, Achtung, Hilfe. Äh, wie viele kommen? Drei, ne? Ja, drei. Ich zieh ihn schon mal ein bisschen her auf. Normale Heilung. Ich blende mich ein, damit ich den Yeti anschein' kann. Da hinten kommt er, da ist er, da ist er. Warte mal, die rennen gerade in den Garten rein. Oh, fuck. Warte, hier. Warte, schnell rücken die Viecher. Mal hier weiter heilen. Normale Heilung. Bitte, bitte. Ja, hier kommen auch noch Esking-Mod-Zombies. Da ist auch einer drin. Ja? Also, ähm, ähm, ähm. Ach, da, ja, im Garten, ja. Einer ist noch einer drin. Ja, der eine ist aber jetzt platt. Dann nehmen wir halt mal den Laser, ne? Nee, jetzt sind die beide. Oder? Der eine ist wieder rausgelaufen. Äh, nee. Noah, ich bin gefreezed. Ah, Mama. Ich will dir helfen, aber geht nicht. Gleich braucht es Heilung, wenn sich jemand bequemen könnte. Ähm, ja. Sonne, Blumenstrahl. Bitte schuld. Dankeschön. Alter. Ich schuld. Ich blende mich jetzt ein. Okay, der eine ist down, der nächste, der nächste ist auch down. Da fehlt noch einer. Noch ein Yeti. Kommt, super. Jetzt habe ich mich gerade so scheiße eingeplantet. Äh, darf ich scheiße sagen? Ja, ausnahmsweise. Ja. Aber nur heute. Ja, komm. Na, komm. Aua, je. Wie soll denn ein... Sind alle jetzt Platz, oder was? Nein, da kommt nur einer. Einer fehlt noch irgendwo. Da kommt noch einer. Aber... Da, oder? Nee. Nee, da ist so... Ja, da ist so... Ohne auf den Kopf. Das ist... Nein, das ist ein Klo. Wollte ich gerade sagen, da kommt ein... Da kommt ein Klo. Da kommt ein Klo. Dankeschön. Ja, wo ist denn der Yeti? Hä? Komm mal. Wir sind fertig. Das war das. Wieder so ein Bug, oder was? Da war nur zwei. Tja, egal. Egal, wir müssen... Da haben wir ja drei einfach geholt schon. Ja, aber wir müssen nicht merken. Das ist doch gut. Auf jeden Fall müssen wir weg, ne? Weg? Ach ja, stimmt ja. Ja, jetzt. Landezone. Mal gucken, wohin? Ach, da oben. Okay. Oh, ich bin so langsam. Komme. Sogar die... Blume überholt mich. Sogar die Blume. Komm, lauf, Dennis. Ja. Wenn du mich im Real Life sehen würdest, dann würdest du mich das niemals machen sehen. Also, laufen. Ich mach einfach Fotos von mir. Was für ein Fremdwort. Laufen. Also, laufen macht man mit L3. Laufen macht es im Real Life auch so. Ja, ich mach einfach L3. Ja. Ja, ich mach einfach mit L3. Und mit L3. Ich würde einfach mit L3 sprinten, das wäre super. Ey, du Eimer Korb. Geh mal weg. Oh, das ist am Brejo. Dauntöntreppe! Ich platz mich jetzt hier erstmal ein. Oh, so ein kleiner Dötz kommt hier gerade. Und noch ein kleiner Dötz! Kommst du denn hier durch? Ich buch nicht ein! Ich komm! Von hinten! Toilette! Toilette! Achtung! Toilettenendgegner! Achtung! Der lebt immer noch! Der ist hart! Ja! Komm jetzt aber! Achso! Dankeschön! Wofür? Du heizt mich gerade! Achso, ich wollte dir jemand anderes heilen, tut mir leid! Achso! Nein, ne? Ja! Voll Mobbing! Ach, bleib doch mal locker hier! Du bist doch ein Kölner, hallo! Ja, aber ich bin so... Ich setze da einmal so locker drauf, ne? Ja, besonders an Karneval, ne? Ja! Genau! Oder bei der Dampfparade, ne? Die Dampfparade, da warst du aber! Nein, es hat geregnet! Oh, bist du aus Zucker? Ja! Oh mein Gott! Oh, zuckersüß! Naja, war auf jeden Fall ne super... Ne Nutrunde wollte ich sagen! Genau, ne super Regenbogenrunde! Nein! Auf jeden Fall, war super nett! Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bye, bye! Bis dahin, ciao! Tschüß! 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 TboMT Untertitelung des ZDF, 2020